Herzlich Willkommen bei Balcony TV Vienna. Mein Name ist Mua Jainz, heute vom extremst zornigen Balkon in Wien und ich präsentiere euch heute das Schauspiel mit Musik Walli und Emilie. Von den Liedern handelt es von Apsi. Schön, dass ihr alle da seid. Wie heißt denn das Stück, dass ihr für uns spielen werdet? Das ist Walli und Emilie. Es geht um die Lebensgefährtinnen von Gustav Klimt und Egon Schiele und wir singen jetzt Instant Connection. Cool, take it away! Musik Nothing to hide I know I can rely on Something makes me wanna run I know I can rely on As time goes by we meet and talk like familiar souls Our own stories, you and me Somehow the same, we need to let it go And while the colors disappear You paint with clouds you can dig away You make me sore when I feel weak And I can break the chain I know I can I know I can break so hard You make me more, more than I can feel You make me more, more than I can feel You make me more, more than I can breathe I know I see You make me more, more than you believe You make me more, more than I can see I know I can be you I know you can see You make me more, more than you believe Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was denkst du, warum vergisst die Geschichte oft zu erzählen von den bedeutenden Wegbegleiterinnen von berühmten Künstlern? Ich glaube einfach, dass es einfach so viele Künstler gibt und wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, dann vergisst man gerne auf die Künstlerinnen, also auf die Frauen oder Lebensgefährten oder Musen oder was auch immer. Man muss sich da eigentlich mehr damit beschäftigen. Ja, und das hat sie auch ausreichend getan in eurem Theaterstück. Das ist in Eigenregie entstanden alles? Genau, also das Stück wurde geschrieben von Julia Marie Wagner. Sie ist auch die Regisseurin und ist eigentlich so die tragende Person des ganzen Stückes. Und von mir sind die Songs, ja. Sehr schön. Und bei der Gelegenheit, ich sehe gerade auch die ganze Band besteht aus Frauen. Magst du sie mir mal kurz vorstellen? Ja, am Schlagzeug Theresa, Theresa Müllner. Dann unsere zwei Hauptakteurinnen und Schauspielerinnen. Das ist die Florin Schnitzel und die Lena Weiß. Und es hat sich tatsächlich so ergeben, dass wir eine reine Frauenproduktion sind. Sehr cool. Durch Zufall und es macht wirklich Spaß, ja. Sehr schön. Und wann gibt es das Stück zu sehen und zu hören? Es gibt es wieder zu sehen und zu hören im Brick5 im März von 22. bis 24. März und es gibt noch Tickets. Sehr geil. Also gleich mal buchen. Die Tickets findet man auf eurer Website. Genau. Genau. www.waldi-emilia.com. Yeah. Hinkommen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Das war mir eine Freude. Schön, schön. Und ihr bitte tun uns wieder rein nächste Woche wieder bei Balcony TV Vienna. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020